Diese Nachricht hat die Bewohner von Gütersloh und Warendorf besonders getroffen, denn für sie heißt es ab sofort, alles auf Anfang, Lockdown. Taifun Bastas führt seit drei Jahren neben seiner Pizzeria eine Bar. Die muss er nun wieder schließen und das wird finanziell eng für den Gastronomen. Jetzt habe ich heute Morgen sozusagen erfahren in der Pressekonferenz, dass wir wieder schließen müssen sozusagen, weil Bars und Kinos und alles andere müssen halt geschlossen werden. Gott sei Dank darf die Pizzeria von uns noch aufhaben. Ja, das ist schwierig, dass die Bar jetzt 30 Prozent unserer Umsätze ummacht. Seit Punkt Mitternacht gelten für die über 600.000 Bewohner des Kreises Gütersloh sowie dem benachbarten Kreis Warendorf wieder strengste Corona-Schutzregeln. Frank und Birgit Lukas stehen mit ihren Kindern Schlange. Sie wollen sich hier kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Schließlich will die Familie am Freitag unbedingt nach Dänemark in den Urlaub fahren. Werden auch schon, wurden schon andere an der dänischen Grenze abgewiesen, weil sie aus Gütersloh kommen, dann macht das nicht so ein gutes Gefühl. Und ich glaube nicht, dass irgendwer dann für die Kosten dafür so aufkommt, außer man verklagt hinterher den Tönnies. Marion Heidenfelder hat schon vor dem Lockdown zu spüren bekommen, dass sie in einem der Corona-Hotspots Deutschland lebt. Denn die 74-Jährige musste ihren Urlaub auf Usedom abbrechen, bevor er begonnen hat. Die Ferienwohnungsvermieterin hatte die Polizei gerufen. Und das nur, weil sie aus Gütersloh kommt. Ja, sagt er, Sie kommen ja aus dem Kreis Gütersloh und Sie dürfen hier gar nicht sein. Wir müssen Sie nach Hause schicken. Ich sage, wieso das denn? Ja, das ist so, weil Mecklenburg-Vorpommern hat das so beschlossen. Mecklenburg-Vorpommern ist kein Einzelfall. Unter anderem haben auch Schleswig-Holstein und Bayern ähnliche Einreiseregeln erlassen.